Was geht ab Leute, Zane ist wieder da mit dem neuen FPS Breakdown von Band 93. Wie in jedem Band hat auch Oda diesmal wieder Fragen von Lesern beantwortet und dort sind diesmal einige krache Informationen dabei, also legen wir direkt los. Ein Leser fragte Oda, was die Kreaturen auf Wano sind und ob sie es nur dort gibt. Oda sagte, dass diese Kreaturen alle entstanden sind aufgrund der Komaino Statuen, welche man in Shinto Schreinen gefunden hat. Das Spezielle an diesen Kreaturen ist ihr flammenartiges Fell und diese Kreaturen leben nur auf Wano Kuni. Interessant ist für mich dabei, dass auch Hio eine flammenartige Frisur hat, ob es da wohl einen Zusammenhang gibt? Ein weiterer Leser fragte, wer diese Dame neben Bello, Betty und Koala war in Band 90 Kapitel 905. Oder erklärt uns dann, dass es insgesamt 5 Kommandeure in der Revolutionsarmee gibt. Den des Ostens, Westens, Nordens, Südens und den Kommandeur der Grand Line. Dieser Kommandeur der Grand Line ist niemand anderes als Emporio Ivankov. Und dies ist neu für uns. Bisher wussten wir zwar, dass er innerhalb der Revolutionsarmee einen hohen Stellenwert hat. Aber welche Position genau? Das war bis dato noch unbekannt. Zu jedem Kommandeur gibt es dann einen Vizekommandeur. In Ivankos Fall zum Beispiel ist dies Inazuma. Und das Mädchen aus Kapitel 905 namens Arui ist die Vizekommandeurin der östlichen Armee von Bello, Betty. Interessant ist auch, dass Arui einen Roboter haben hat, ähnlich wie Queen. Nun wollte ein Leser wissen, wie Kaido in seiner Drachenform eigentlich fliegen kann. Und hierbei erklärt Oda, dass es sich im Grunde gleich wie bei Momonosuke verhält. Kaido erschafft Wolken, hält sich an diesen fest und somit erscheint es als würde er fliegen. Somit ist es nun umso wahrscheinlicher, dass es eine Verbindung zwischen Kaidos Frucht und Momonosukes Drachenfrucht gibt. Möglicherweise ist Momonosukes Frucht tatsächlich durch Kaidos Frucht entstanden. Doch wie ist Vegapunk da rangekommen? Ich gehe davon aus, entweder als Kaido mal von der Marine gefangen genommen wurde, denn wir wissen ja, dass er öfters mal gefangen genommen worden ist. Oder Kaido war tatsächlich, wie viele schon spekulieren, ein Experiment Vegapunks. Was zumindest die Zeichen auf Punk Hazard erklären würde. Nun etwas, was wenigen aufgefallen ist, aber eine riesige Frage im Raum stehen lässt. Und zwar haben wir in Otamas Haus eine Kaffeekanne gesehen, welches gleichzeitig ein Tier war. Hierbei handelt es sich um eine Kaffeekanne, die eine Teufelsfrucht gegessen hat, und zwar die Hund-Hund-Frucht-Modell-Tanuki. Wie Oda erklärte, besass Hitetsu diese Kanne schon vorher und irgendwann hat sie ihre Frucht bekommen. Hierbei stellt sich nun aber die Frage, wie ging das? Alle bisher gefundenen Gegenstände mit Teufelsfrüchten hatten eine Verbindung zu Vegapunk gehabt. Bis auf die aus irgendwelchen Filler-Stories, aber dir das mal raus, denn die sind nicht Canon. Immerhin macht das Ganze ja auch Sinn, denn uns wurde erzählt, er hätte herausgefunden, wie man Gegenständen Teufelsfrüchte gibt. Fangfried ist ein Schwert mit der Elefantenfrucht und gehört Spandam, eines der Mitglieder der Weltregierung, Verbindung zu Vegapunk, Check. Die zweite Waffe, die wir kennen, ist der Hund von Mr. Four, welches mal eine Pistole war, mit einer Hundefrucht. Da Sir Crocodile einer der sieben Samurai der Meere war, hatte er auch eine Verbindung zur Weltregierung und könnte somit an die Waffe gekommen sein, Verbindung zu Vegapunk, Check. Was macht diese Teekanne dann aber in Wano Kuni? Welches immerhin ein isolierter Staat ist und somit keinerlei Verbindung zur Weltregierung oder Vegapunk haben kann. Entweder steht Hitetsu irgendwie in Verbindung mit Vegapunk oder der Weltregierung, vielleicht als geheimer Spitzel, der schon seit Ewigkeiten in Wano Kuni rumspringt, aber dann würde Akainu die Stärke vom Wano kennen und hätte es nicht als unbekannte Streitmacht deklariert. Oder in Wano Kuni hat man selbst herausgefunden, wie sowas funktioniert oder durch irgendeinen dummen Zufall. Das kann dann aber nur zwei Sachen bedeuten. Entweder ist es so simpel, dass man einfach nur die Frucht an einen Gegenstand reiben muss, was ich mir aber kaum vorstellen kann. Oder wenn es sich hierbei um Hitetsus Teekanne handelt, gäbe es noch die Möglichkeit, dass es eine Verbindung gibt, zwischen dem Herstellen von Schwertern und die Art, wie Vegapunk sein Teufelsfruchtgegenstände erschafft, irgendeinen Prozess, der bei beiden stattfindet. So dass zum Beispiel Hitetsu, während er ein Schwert machte, Tee aufbrühen wollte über der offenen Feuerstelle. Dabei passierte irgendetwas, was die Frucht und die Teekanne verschmelzen ließ. Würde auch erklären, warum man weiß, dass man mit den Tanuki Teepotten nicht mehr zum Tee zu bereiten nutzen kann. Denn wenn man ihn auf eine offene Feuerstelle legt, um Tee zu erhitzen, bekommte Tanuki Fieber, das erzählte uns Oda in dieser FPS. Auf jeden Fall ein interessanter Hinweis. Oder verriet uns aber noch ein Geheimnis zum Tanuki. Und zwar steht er auf seinem eigenen Hotensack. In Japan heißt es nämlich, Tanukis hätten mächtig dicke Eier. Ein weiterer Leser wollte wissen, wie Whitebeards Waffe heißt und ob es einen Grat hat und wenn ja, welchen. Oder sagte daraufhin, dass das Schwert bzw. Naginata Murakumogiri heißt, also sozusagen Wolkenbrecher. Murakumogiri ist eine Referenz auf das Kusanagi Schwert, eines der drei heiligen Gegenstände von Japan. Das Kusanagi war das Schwert, welches der Gott Susano aus der achtschwänzigen Schlange Yamato no Orochi holte. Möglicherweise auch eine Andeutung, dass Whitebeard seine Waffe auf Wano Kuni bekommen hat. Der ganze Name ist vermutlich auch eine Referenz auf das Zusammentreffen der Klingen von Shanks und Whitebeard, als diese den Himmel spalteten. Immerhin haben wir nun neben dem Yoru von Mihawk und dem Shodai Kitetsu, das noch unbekannt irgendwo ist, aber vermutlich bei allem der Gooseis, auch ein drittes Drachenschwert von zwölf. Das Naginata vom Whitebeard Murakumogiri. Dann wollte ein Leser wissen, ob Namis Happiness Punch immer noch nur 100.000 Berry kostet. Wer es nicht weiß, der Happiness Punch ist, wenn Nami ihre Hüllen fallen lässt und sich nackt präsentiert. Dafür wollte sie beim ersten Mal 100.000 Berry. Oder sagte, nein, jetzt wo sich Namis Körper so entwickelt hat, ist es mindestens das Dreifache, also 300.000 Berry wert. Und die letzte Frage, die gestellt wurde, ist, wie kann es sein, dass Kinemon die S-Males, also die Wano-Tele-Schnecken nicht kennt? Oder sagte dazu, dass diese erst in den letzten 20 Jahren in Wano eingeführt worden sind, also zu der Zeit, wo Kinemon weg war. Ich für meinen Teil kann mir gut vorstellen, dass möglicherweise Kaido diese Art Teleschnecke nach Wano gebracht hat. Immerhin, als sie auf Wano Kuni einfielen, brauchten sie sicherlich auch ein Telekommunikationssystem, sonst wäre so eine Landbesetzung etwas schwierig. Frankie sagte mal, dass es nicht so schwer wäre, eine Teleschnecke zu basteln. Möglicherweise hat Queen in Wano diese kleinen Schnecken gefunden und daraus eben diese abgespeckte Variante einer Teleschnecke gebastelt. Immerhin wissen wir seit dem letzten Kapitel, dass Queen wohl gerne bastelt und schraubt. Ja, das war es nun auch von diesem FBS Breakdown. Was haltet ihr von den neuen Informationen? Immerhin kennen wir nun ein drittes Drachenschwert, eine Verbindung zwischen Momonosuke und Kaido wurde weiter aufgebaut und ein Tanuki sitzt auf seinem Sack. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst den Like und das Abo nicht. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein, ciao!